willkommen bei mir im toto a 14 beim clan kein clan ja eigentlich doch ein clan nämlich der clan herausforderer und ich will mich mal dieser herausforderung hier stellen ich muss allerdings erstmal checken ob der nicht klaren buch hat okay der hat keine klaren buch wir brauchen immer elex ich brauche mit diesem account immer ganz ganz viel elex warum das eigentlich nicht die riesen vorgehen mann 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 naja egal hat er eigentlich einen minwerfer der minwerfer ist hier hinten das ist mal gucken ob das jetzt schlimm ist oder ob das nicht so schlimm ist den müsste ich eigentlich mit ein paar barbaren hinkriegen hier gehen wir mal mit einem mit zwei mauerbrecher rein und latschen hier hin okay wir gehen dahin aber jetzt haben die die minwerfer nicht gepackt naja dann müssen das jetzt meine bogies hier richten okay das haben die buche schon mal gut gemacht und ich glaube dann kann ich mir wieder ein zauber sparen wir brauchen in jedem fall das elex hier also hier noch ganz viele bogies gesetzt und dann geht das hier rund ja wohl dann haben wir hier mal alles raus was wir so haben ja ihr seht das beziehungsweise ihr seht das eigentlich noch nicht es ist der klan herausforderer mein plan ist irgendwann machen wir die wieder auf also ich habe das schon wieder so ein bisschen in der pipe und muss natürlich einen guten termin dafür finden das heißt also wenn der kommt nicht die klaren hier auf macht dann ja müssen wir eigentlich möglichst entweder keine klaren spieler haben oder sie fangen im laufe des klankriegs an wenn wir sie dann vielleicht hier bei mir spielen keine ahnung letztendlich ist es ja egal wo du sie spielst aber wir wollen sie auf jeden fall machen beziehungsweise das sei dann euch überlassen dass wie gesagt es kann auch sein dass ich sage nee ich mache den klaren wieder dicht und ihr müsst leider in eure stammclan zurück um da die klaren spiele zu machen aber ich komme natürlich auch mit mit torsten denke ich mal wieder rüber und dann rocken wir hier so wie hier jetzt gerade diese base hier ich will ich lasse immer noch ein bisschen laufen hier meinen kleinen süßen toto den ich will nicht sagen dass ich ihn mag aber ich mag alles was er mit elex machen kann und im moment oder macht sogar richtig kasse hier jawohl ich habe richtig was in der schatzkammer und ihr seht das schon hier die lieblinge habe ich auch schon ausgebildet ist vielleicht ist vielleicht nicht nicht doch doch nicht so prall ich glaube ich nehme ich nehme doch drei riesen mit hier drei von denen und dann nehme ich immer so eine armada von denen mit denn ich habe alle lager voll hier dass der account hier oder so ein bisschen viele der account hier ist nicht max aber er ist halt es halt irgendein account und ich blende euch mal den klaren tag ein vielleicht hinter euch den schon mal weg der ein oder andere neue zuschauer bei mir also community club toto clashed z z geschlossen grüße toto oder torsten und unser kriegs lockt ja ich würde ich würde mir natürlich wünschen wenn wir es grün kriegen es wäre nicht schlecht den aber ja nur ganz ganz knapp verloren könnte in etlichen live streams bei mir in den playlist nachschauen wann und wie wir den gespielt haben aber ja mal gucken was war mit dem account reißen können und ich gehe jetzt erstmal an ich muss noch ein bisschen fahren um auf rathaus 6 zu gehen ihr seht ist ein krasser account hier ich habe hier noch einiges über und ich habe ein bauarbeiter vor allen dingen frei und will hier die elix lager machen dann nehmen wir mal diesen hier ok das soll es eigentlich von dieser seite gewesen seien einfach nur mal so als ankündigung als planung was denn so machen werden und dann springen wir mal auf meinen marken aber schon da ist ja oder schon mal zehn nach neben ein elfer und ich habe was live ja was live dabei ok von razor ja ich meine wenn ich immer live rein komme hier dann nehme ich immer live was mit und ich hatte zwar heute abend schon mal darum gebeten dass wir hier vielleicht den einen oder anderen schönen fight mal wieder von bett ist mit rein bekommen habe ich schon länger nicht mehr aufgenommen aber wie die planung ist halt so hergibt ich kann ja nun auch niemanden zwingen hier seine angriffe unbedingt anzumachen wenn ich jetzt gerade wenn ich jetzt gerade aufnehmen und wir sehen hier ein dip vom zwölf von unserem racer auf die nummer 16 des gegners der gegner clan level 15 klar den letzten clan haben wir hier nicht mehr bezogen waren level 16 klar also gut ab leute richtig starker ck und aber auch vom gegner also der gegner war jetzt nicht von von pappe und hat hat hier auch richtig richtig was gegeben ja das schön gemacht hier ich gucke mal im rhein was wir hier schon verpasst haben bzw was wir uns hätten schon angucken können hier oben das sind alles log angriffe also das sind keine null sterne hier und den gucken wir uns ruhig an hier von von leo leo ist bei uns glaube ich neu einige habe ich mal wieder nicht nicht mitbekommen dass sie in den clan rein sind ich meine ich war jetzt auch für den 50er letztes wochenende hier nicht drin und war ja noch ein tag länger nicht hier drin und im moment mache ich nichts als events auf clanspiele warten mit den anderen accounts irgendwas sinnvolles sage ich mal also nicht so dödelein und mit diesem hier sowieso erst recht nicht denn der muss er muss einfach hochgehen ich habe mein king schon auf 41 weiß nicht wer mich ab und zu mal inspiziert oder unseren clan in lesezeichen hat es ist mir natürlich noch gelungen den king jetzt auf 41 zu ziehen und gar kein thema geht es hier ganz ganz steil bergauf also noch neun helden level mal gucken es kommen ja das clanspiele da könnt ihr selber rechnen die sind in vier tagen vorbei ich werde das helden nehmen wir keine frage und entweder kümmern helden machen oder aber wir müssen noch ein bisschen warten mit dem zauberbuch das habe ich ja nun verstanden dass wir es an der stelle nicht brauchen jetzt weiß ich das ist jetzt so weiß ich nicht was da gerade live ist aber okay hier ist man schon mal so reingegangen jetzt weiß ich nicht was hier im hintergrund live ist ich habe hier keine zwei accounts in einigen oder früher war es ja so bei den true warriors konnte ich das immer beobachten mit einem konnte ich aufnehmen und mit dem anderen habe ich halt am tablet geguckt was kommt gerade rein ist es cool ist es nicht cool und das kann ich hier natürlich nicht machen das ist single entfernen und es ist multi entfernen und sieht man schön queen wird schön durchgeheilt eine der letzten oder nicht nicht ganz letzten änderungen aber einige haben auch einige änderungen nicht mitbekommen habe ich die tage mal mal festgestellt dass es doch welche dann gab die gesagt haben ja scheiß scheiß pecker immer mit dem doppel schaden davon oder anderthalbfachen schaden ich glaube es war sogar doppelt schaden vom vom tesla und ich habe gesagt leute das ist schon das ist schon seit update oktober 2016 nicht mehr so und genau ab dem gleichen datum machen auch keine doppelbomben mehr anderthalbfachen schaden an hog ridern weil auch einer geschrieben hat ja die hawks eine doppelbombe und alle sind futsch ne ne das ist schon schon lange nicht mehr aber herr schade hier schade hier hier in der mitte gibt jetzt zwar die queen noch ein bisschen stoff aber die hawks hier sie haben ein bisschen viel zu tun und jetzt wird aber auch die queen aus der ferne angeschossen vor allen dingen bogenschützentür mit ganz starker verteidigung ich finde nach wie vor ist eine der stärksten verteidigungen in clash of clans denn sowohl auf boden als auf luft hämmern die bogenschützentürme herum und man sieht was du aber rauskommt naja ist nicht so tragisch ist nun klar ist nun spiel das hätte ich mir mal gestern sagen sollen repo repo hat hier die ok ja könnten vielleicht noch drei werden aber der ist fast fast vorbei der angriff und dann machen wir hier halt noch ein letztendlich sollte die folge eigentlich nur so eine status update folge sein für euch dass wir den community clan oder dass ich zumindest leicht in der pipe habe den wieder offen zu machen also es wird auf jeden fall nicht dieses wochenende werden es wird auch nicht nächstes wochenende werden das kann ich euch sagen aus ganz ganz einfachen und ich habe an diesem wochenende leider bereitschaft da mache ich sowieso sehr wenig in clash of clans vor allen dingen was live streams oder sowas angeht und in der daraufhin woche ist die ist die local clash beziehungsweise ist dann auch das lange osterwochenende da sind vielleicht viele nicht da sind im urlaub oder sonst wo und von daher ist das da eher schwierig etwas zu machen so mitten im event so einer hier ja 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 okay 507.000 ha ich brauche gold ich brauche das gold braucht das gold was hat er denn hier alle so ok naja da können wir da können wir ohne bedenken hier hier reingehen irgendwo starte immer ganz gerne auf einer ecke ich weiß auch nicht irgendwo ist irgendwie ist das immer die linke linke flanke hier in der ich immer ganz gerne hier in solche base starte und ich habe zwölf mauerbrecher mal wieder dabei warum auch nicht warum soll ich hier mit mauerbrecher geizen oder machen wir hier schon mal so ein bisschen das lager weg und dieses auch damit die queen da nicht ganz so weit rennt die sollen ein bisschen rein rein das macht sie jetzt auch zumindest schon mal die queen mein worten steht natürlich vorbildlicher weise wieder auf luft ja er ist also vorbild vom herrn und gar keine frage pecky schicken wir mal mit ich mit rein und den king schimmer auch mit ich mit rein so wo sind wir denn eigentlich mit der queen oder die heile haben gewechselt und mein worten ist schon weg ja der ist wahrscheinlich ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet ob der worten nicht jetzt schon in einer in einer mine hier gestorben ist und das wird aber ein ganz mauerangriff hier von dir toto das wird ja mal so richtig schlecht da müssen wir noch was reißen hier ok da müssen wir hier noch was reißen schau mal wie wir die noch haben wir haben wir haben gar keine mehr wir haben gar keine loons mehr das natürlich ein bisschen naja wie sollen wir denn jetzt noch an die luftabwehr daran kommen ja ok das rathaus kriegen in jedem fall weg das was wir natürlich weg kriegen müssen ist ist da der x bogen der x bogen da und das ist eigentlich wenn ich den wüten mache bringt das was er wird ja jetzt in jedem fall weg sein ich will unbedingt noch das dunkle haben so dann setzen wir den noch mal nach da macht den ich dachte gerade kriegt den x bogen da immer noch nicht weg ok ok wo sind wir da hinten nachgucken wir mal ein king und pecker king und pecker hier noch voll unsere road das natürlich super dass die noch gehen hier ihr seht das schon wieder das ist auch wieder ein angriff marke toto ein angriff so richtig nach marke toto 28 sekunden noch zeit und die base ist steht noch halb ok gerade noch so gepackt boah das war wieder mau nach mann naja ist nicht so tragisch also die folge diente einfach nur hatte einfach nur mittel und zweck euch mitzuteilen dass der community clan wieder aufmacht jetzt hole ich mir hier noch mal luftwut und kann hier kann ich eigentlich was verspenden pecker zwei riesen das habe ich im moment leider nicht fertig und hier haben wir auch wir kriegen noch ein live angriff rein von law auf die nummer gerade angefangen oder fertig drei sekunden so ein scheiß wie ich gestern ich meine ich brauche mir den angriff jetzt nicht noch mal angucken aber ihr wisst es ihr habt es gerade im ende gesehen der lucky geht auf den king und nicht auf die platte ist das bitter naja ist nicht so schlimm wird sich sicherlich ein bisschen ärgern aber vielen lieben dank für den spell und ich denke mal das war's für heute vielleicht sehen wir uns am wochenende weiß ich noch nicht nur gucken wie ich so drauf bin im moment geht es eigentlich ich freue mich auf jeden fall auf die klaren spiele es kann sein dass ich mich auch in den klaren spielen mal wieder zu einem stream hinreißen lasse lasst euch einfach überraschen bis dahin ich freue mich auf jeden Fall euer Toto ich freue mich auf jeden Fall 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 ich freue mich auf jeden Fall